bei mir oder ja nee rafael er war vorher schon ja klar ich kann halt nicht mehr ich habe jetzt nicht einfach dann join im cdu wenn er drin ist mache ich das gerne ich komme auch in der ach ja ihr fan ihr zuschauer hat mich abgelenkt dankeschön x2 so heisst du bei mir x2 ja darfst du jetzt auch weil bei mir das duster steht ich bleibe exige und ich muss pissen grundsätzlich glaube ich nicht bei unseren und so gelandet sind auch anders und da waren wir gerade drin also hat man sie abwärts wieder abwärts kriegt man die müssen gewandt werden ja joshita ist raus hier bananen alarm höre letzte runde simonami ach jetzt steht das da auf einmal mit acht spielern das steht bei mir doch schon die ganze zeit das war vorhin bei mir nicht der fall ich weiß nicht warum nach einer zeit geht das weg und wieso ist es bei euch ein paar mal abgekackt das ist dort einfach gewesen glaube ich weiß es nicht genau das war bei mir character fließen sowas muss noch ein paar ein potenziell scheiße sind sagen wir es so das nenne ich mal epic scheiß pao lucia ohne 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 nein auch du blöder hamelmann hamelmann der goldschirm ist sowas von verschwendet gewesen das ist nicht raffaels namen sieht richtig gut aus mit der von finde ich zwei minhb auf golfen bis gut runtergefallen gg jawoll so fährt man ich habe mir gerade so gedacht hä warte mal war das jetzt lecker oder ist raffaels runtergefallen das wird das wird schön wäre toll floh 1337 ist in der haus hi friend hi friend es läuft bei floh gl leri cooper Es ist Zeit für Minigi's Secret. Und los! DG-Sous, ich bin hinter dir! Hallo! Wenn ihr ein wichtiges Item habt, sagt mir das, ansonsten zünd ich den Pokémon. Ja, ja. Also ich hab drei Pilze, warte. Okay. Hilf los, hinter mir sein Item ist safe. Was ist das? Das ist ein Teekanon oder was? Gluckstroy. Das ist unser Kaffee-Vollautomat. Und das ist so richtig professionell gesagt, das ist unser Kaffee-Vollautomat. Hallo? Habe ich im einzelnen Handel gearbeitet oder nicht? Das kann ich richtig mit den Klugscheißer raushängen lassen. So, das finde ich beim Goldy. Ich habe noch eine Ratchet, Brian, ne? Ja, sehe ich gerade. Oh, ne, scheiße. Ich bin hinter dir, Felix. Vorsichtig. Man wird die Wäsche geschossen. Ich wollte den anderen retten, nicht ich! Ich, das, 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 das kann ich bestätigen. Nein! Ich war hinter, ich war, ich war hinter Felix. Er wollte den Shadow Boy abknallen. Das schwöre ich dir. Ich bin irgendwie noch Zweiger geworden. Ja, sagt er auch. Das ist die Piste, Mann. Das ist der Patisto. Oh! So, nach Kapitel Nummer 2. Ich habe Goldy von 4er-Spitze. Ey, ich werde von einer. Try it! Guck mal, was ich echt spiele. Hey! Hey! Wann ist der Yoshi nervt? Yoshi? Ja, dann kick den doch! Das kann ich nicht. Hat mir mein alter Becker und mich dann in den Zungen geknallt. Bisschen hier Spannung. Bisschen Spannung machen. Ja, hab' abgebremst. Nein. Dieser Moment, wenn man einfach auf Kumo beide sich einen Goldschub abzacken würde, er fährt auf den Kopf. Ich bin 3. Ich bin 1. Sind wir alle vorne, oder? Nein, bitte. Ich werde weggelebt. Ich bin 4, also ich hab' nichts besonderes kannst du, wenn du irgendwas Tolles hast. Wenn du die Blue Shell hast, dann nicht werfen. Ich bin auf 1. Ich bin auf 7. Ich bin auf 7. Also ich krieg' wahrscheinlich jetzt ne Blue Shell oder sowas. Wer ist der Erste? Ich. Ach, tsch. Ich mein Shetch. Äh, Dark. Gold. Gold. Ich hab'n Goldy. Oh, die Leute! Ah, flack! Jetzt ist der Shadow Boy auf 1. LOL! Ich hatte gigantische Neck, fuck! Ah, das Torino! Oh, Mann! Ich hab' gar nicht gesehen, dass du das hast. Ich dachte, das wär' dieser Player. No problem, no problem. Die Ratchet hat sich irgendwie dazu entschlossen, nicht zu snipen. No problem. Alles gut. Hallo, Brian! Das ist cool, Brian! Kommt er mit Star? Unastraya! 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 Nein! Hi, friend! Meine Güte, Mann! Oh, Mann! Ah, dieser Böden jetzt! Das ist ne Kacke! Da kommt ein Stell- Nein, 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 nein! Oh, Mann! Alter, bist du nur gesniped worden, Felix? Nein! Ich bin wieder zweit, dann DC ich. Weil ich hab' irgendwie das Gefühl, dass ich grad wegen dem Lag am Anfang und grad eben extrem nach vorne geleckt wurde. Nein! Ja! Nein! Einfach nein! Und bei Felix da schon wieder! Oh mein, ich hatte ne Lag statt, muss ich anmerken. Na gut. Weißt du eigentlich, was 150 eigentlich für ne riesen Messlatte ist? Messlatte? Und dann ein riesiges, riesiges Potenzial, und da kommt so ne scheiß Strecke dran, ey! Das ist voll schnell, das ist Potenzial! Ich spiel' bisschen da hinaus, scheiße. Viel Spaß bei eurer Dreierspitze, ich hab' keinen Bock mehr! Jetzt war aber für 6. Hast du erzählt, oder was? Nein, ich bin schon wieder gefreezt. Ich auch. Ich hab' keine Ahnung, was das ist, Mann. Das nervt. Oh, Probian auf 1, das ist freundlich. Oh! Ja, lol. Ich bin einmal geschenkt, wie auf 1 und da nicht hab' mir was zu tun. Tschüss Player! Ja, nice. So snipen man richtig. Ich hab' dir mit der Retschel. Sehr gut. Ja, ja, wirst du eh haben. Jetzt kommt Epic-Sea zu Teamkiller. Ja, ich versuche an die vorbei zu kommen. User disconnected from your channel. Hallo. Ich hab' die Retschel. Ich muss auch richtig. Ich versuche an die Retschel. 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 Aua! Junge, was ist das? Wo bist du gegen die Faketre? Nein, ich hab' die Redscher bekommen. Ach du? Ne, ich bin 6. Aber ich hab' 3 Pilze, ich komm' wieder nach vorne. Ich bin gegen Fake-Bobs gefangen, ich hab' die Redscher. Ich bin dritter hinter dem Player. Kannst du den Snipe nehmen? Ey, Junge. Warum spielt man so ne Scheiße? Hattest du ein Pilz oder was? Ich hatte eine, aber für eins, ja. Ah, ok. Mir ist der Pilz auch rausgekommen worden. Unnötiger Schock. So. Dicka, warum spielt man sowas nur? Die Frage sollten wir glaube ich alle stellen, Flo. Wann ist das Fick? Weil er aufgehoben hat. Und jetzt nochmal und dann... Der ist jetzt aufgegangen. Er ist jetzt aufgegangen. Hä? Wieso heißt der Typ her Maxi? Dicka, warum reden wir alle einzeln? Keine Ahnung, jemand anderes. Was ist denn von mir Flo? Hä, ich hab... Digga... Nein! Wie kann man bitte auch ne Ratschel haben? Weiß es nicht. Ok, das Rennen lief nicht gut. Der war auch etwas Pichtock. Achso, das war Robin. Echt? Ich bin nicht voll gut geworden. Wolle wieviel DC haben oder Gefreeze haben. Dafür macht einen auf Michael Schumacher. Früher eine Legende, jetzt Flop. Der Raum ist glaube ich gestorben von euch. Mach uns mal hier keine Panik, Mann. Was? Von wegen Freeze, eigentlich. Was ist los? Die Strecke ist kacke, also passt die zu 100. Itemboxen. Du kannst joinen, Felix, ne? Ja, bin dabei, wenn es irgendwann mal funktioniert. Ich MKW kennst du da. Was funktioniert da? Gar nichts. Kann immer noch nicht. Ach, der Shadow Boy, wie der einfach springt. Wie bist du Shadows hier? Hey! Wann kann ich denn mal bitte joinen? Jetzt hat mich der Herr Maxim schon wieder mit seinem Bulletin gefangen. Ich MKW, das dauert ein bisschen. Du weißt doch, Nintendo Connection ist immer langsam. Okay. Na, ich kann... Sag mal, ist euer Raum voll? Nein, nein. Wir waren gerade zu 11. Nein, eben nicht wahrscheinlich. Ich hab mich da jetzt gefangen. MKW... D draufstehen. Angeblich sind bei euch nur 10 Leute drin. Bei uns ist dann 11. Ja, vielleicht hat er einen anderen 10 bekommen, während wir jetzt was fahren. Nee, sind noch 11 drin. Ich bin 7. Ich kann 10. Gut. Ja. An deine Mathematikkenntnisse will ich nicht 2-5-0. Boah, ne 5-0. Ne, ne, sind noch 11, sind noch 11. Okay, nein. Fine, bad. Ist das normal, dass ne 10-5-10 ist? Boah! Du hast den Yoshi gut gesniped, dann war mich an die Wand gedrückt. Ja, weil ich hab wegen Fledermauschen geplankt. Kann Brian nicht joinen? Boah, ist mir untergefallen. Das läuft, ich hab's gesehen. Hab dich nicht. Hab's wieder neue Freunde. Ja. Ja, wegen Brian, weil der den gleichen hatte wie ich, muss ich No Essence machen. Ey, hat der jetzt sein FC? Er hatte mal. Deswegen haben wir uns gegenseitig ausgekickt. Seid ihr denn? Du schärf dich. Ihr kickt euch gegenseitig in Bevere. Also du bist nicht 1-1, ne? Nö. Aber Moment mal. Bin mir auch nicht gefallen. Du hältst dich nicht an deine eigenen Worte. Ah, jetzt hab ich mein Pilz getriggert. So ein Mist. Du hältst dich nicht an deine eigenen Vortex, Hedo. Wieso? Hast du nicht gesagt, dass du mit mir fahren willst? Oh, ja, komm ich gleich. Ich will joinen gleich. Ich hab... Ja, ich hab Lust auf Felix. Ich hab Lust. Aber lass dich auf Felix reinfahren. Sonst hat der Problem. Hauptsache sieht aus, wenn der ein großer Juni auf der 1 wäre. Ich kann nicht joinen, das ist das Problem. Ich... Ja, ich glaub, vorher lassen alle raus. Soll ich suchen schonmal? Ja. Okay. War ja eine Doppelspitze, easy. So bist du 3? Ach du bist hinter mir, sagtest du. Ich glaub ich 3 bin. Du würdest dir sagen, wo ich bin. Oh. I'm sorry. Mhm. Wieso, wieso hätt ich dich vorher wahren sollen? Hast du mich nicht gesehen? Nee, ich hab auf'n SC... Was heißt SC da, ne? Diese kleine Höhle da. Also hast du ne Banane gerichtet. Ja, ja. Hab ich aber gesehen. Ich bin in den ersten zwei Runden der Fake schon. Jetzt kommen wir uns alles gut. Ach nee, Alter. Geh bloß weg mit dem Abschaum, Alter. Mark hat dieses Gift. Was ist? Okay, Flo. Okay? Okay. Also alle Dings joinen DG so? Ja, ich hab den nicht. Ja, dann join zu mir. DG süß. Ja, bei dir da ausfüllen. Ähm... Eine 5K-Leitung hab ich gehört. Ich hab kurz davor zu heulen. Warum? Weil es schon wieder fast gefließt wäre, aber ist es nicht. Halt die Fresse. Ey, da fällt auch jemand mit Schicks. Warte mal, wer ist der BF Diko? Nee, nein Ozan, ich will nicht mit dir tanzen. Ach, seid ihr in deren BF gelandet? Ja. Ich kann mich nicht mit euch treffen. Oh, wahrscheinlich voll. Bei mir leckt der. Der erste leckt bei mir stark. Oh je. Ich komm nicht rein bei euch. Ja, ist voll. Hä? Sag mal. Ja, die leckt auch bei mir. Der erste? Der fangt die da? Ja. Ja. Jetzt müsstest du eigentlich sagen, hört auf zu lenken. Nein, die Hacker-Kamera hat zugesagt schon wieder. Stimmt. Gute alte Hacker-Kamera. Versuchen einfach die ganze Zeit zu joinen. Vielleicht fliegt der dadurch irgendjemand raus. Hoffentlich nicht ihr. Hinter dir. Hallo. Frenzen. Frenzen. Jäh. 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 Guck mal was für der Kuppi ich fahre. Jäh. 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 Ich mein, ich hab die Pro-Kombi hier. Hast die Pro-Kombi? Okay. Ja guck mal. Der hat wieder was abgelegt, ich sag's dir. Geht euch. JAHU! Ich komm auch nicht rein. Hä? Ich komm auch nicht rein. Autofahrer und was? Vermutlich. Mann, kick mal irgendeinen von diesen ganzen Leuten da. Kommst du auch nicht rein? Ich komm auch nicht rein. Was machst du? Ich hab die ist durchgekommen. Ich hab die ist durchgekommen. Er ist echt so. Ich bin jetzt voll aufgeregt. Dieses Scheißgame. War bei mir grad. Mann. Mann. Warum machen hier keine mehr Spieler? Aufschocken aufs 4-2. Oh Gott. Alter, 4 und zwar ist das doch kein Chaos. Ich hab 4 mit DC, lol. Ja, ich auch. DC? 4 mit DC. Wurden alle DC'd. Ja, dann gönnt ich mich in Energy. Was? Verschwendetes Potenzial. Warum kapiert ihr das nicht? Mh? 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 So Flo, auf die hab ich gehört. Lalalalalala. Ich hab einen Lackstart. Ich werd automatisch Erster. Ihr könnt mich mal. Schöne Green Chip. Alter. Direkt ne riesen Achilles, Alter. Was? 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 LoL, Cheater. LoL. Da ist ein Cheater drin. Der Argon oder der Player bestimmt hundertproch. Ich glaub nicht, dass wir so schüren. Das kann euch sagen, dass ich direkt nach dem Start mit Blushel gehöre? Ja, Präge. Das ist eigentlich unmöglich so kurzfristig. Und schon wieder? LoL, ich häng auf der Kante. Cheater. Cheater. Der hilft ja mit meiner Power. Schon wieder auf Aufnahmen. Wir sind echt gut bei sowas. Wieso hat die Hacker-Kamera nicht Alarm gelegt, LoL? Ey, die Kombination des Items ist doch unten. Es ansehen. Der Schock hat aber schon durchaus... Noch ne Blushel. Das kam von Lennon, LoL. Ja, okay, dann ist das L. Aber der war schon die ganze Zeit drin. Lennon war schon die ganze Zeit drin. Es muss einer von den anderen dreien sein, die die gejoint sind. Entweder der Player, der Sol oder der, ähm... Wie ist der noch? Der Argon. Der Argon vielleicht. Noch eine Blushel. Knacken wir noch den Rekord von 8 Blushel? Ja, das war ja ohne Cheat, letztes Mal. Und LoL. So, ich hab's mit Poker 2 einfach momentan. War das nicht schon die vierte Blushel? Haben mich ab einem vielleicht nicht mitbekommen? So, ich war sogar tischlich in die Green Sheldon. Bin ich nicht gut. Und jetzt kann der Schock kommt, bitte. Was ist denn der erste? Welcher Achil ist das denn da? Der letzte. Ja, scheiße. Läuft bei dir. Tschüss Zoll Ne ne steckt wieder die Ach ne der Schock Der Schock war egal War der von dir oder was? Nein Blue Shell Aber diesmal von mir Fünf Aber ja, aber die ist definitiv Fledged gewesen Weg noch von der Helwig Ja Express Service Geh weg du Affe Mann Flo Was denn? Zu kratzt mich Helmut gehört bei mir Dicker beharte Affe man Du warst bei mir voll rechts zur Seite gewesen War links Nein, du warst rechts Ich war links, du warst rechts Du warst rechts alter Ist halt MKW logisch Ja total man Das fehlt der Welt Bullets So, bitte schock deine X2 Du, wenn du jetzt wächst wirst Ich hasse dich Ich fall in die Lava Ich bin letzter Deiner Red kommt ein bisschen zu schick Nein, du bist vorletzter Okay, ist vorletzter Okay, ist vorletzter Ja Vielleicht als letzter Wer war denn jetzt der Cheater? Heiden oder? Keiner? Wir werden das sehen Es wird doch bestimmt jemand rausgefunden Der Player 100% der Player Der Player hat die CD bekommen Deswegen Das war der 100% der Cheater Sowas von Obwies, Alter Vielleicht auch Ich hab die Hardcore Settings Hauptsache wo es mein Klammer aufgenommen habe Ich habe die Hardcore Settings Hauptsache wo es mein Klammer aufgenommen habe Ich habe die Hardcore Settings Mit X-Split geht das am einfachsten, da hast du keine große Speicherkapazität zu verbrauchen. Hey, blöder Kuba! Guck mal, so snipe ich den. Scheiße. Los, snipe ihn! Das war früher gewählt, Alter. Alter hat mit den Queper angefangen. Random Green? Ach ja. Knipp rein, früher mit Alter hat den Queper angefangen. Alles hat mit den Queper angefangen. Das stimmt. Bei jedem irgendwie. Aua. Jungs, ich kann echt nicht glauben, dass wir immer noch MKW spielen. Tja. Ja, ich weiß auch nicht, warum nicht die Scheiße spielen. MKW verbindet uns halt alle. Echt? Ich hab so das Gefühl, es endet so, wie es angefangen hat. Ey, ich hab die Wolke doch abgegeben, Mann. So eine Scheiße. Nähkappe. Oder ich zieh nur einen Fils. Nein, ich bin Fack gekommen. Achso. Naja, ich mein auch wegen 3. Ich muss bis 1K mal schneller. So, ich bin der 2K mal schneller. So, ich bin der 2K mal schneller. So, ich muss bis ab. Scheiße. Oh, bitte zieh, 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 zieh. Sieh. Aber jetzt sind die Sonde. Ja. Nein, 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 nein. Nicht vor der T-Linie. Ja, noch die Bombe vor der T-Linie. Und der Bulle da auch noch. Das ist MKW. Das hab ich noch nie erlebt, Alter. Von 3 Items gesniped. Von 3 Items gesniped.